hallo ihr lieben ich begrüße euch ganz ganz herzlich zu eurem engel orakel der woche ja es erscheint ein klein bisschen früher diesmal schon am freitag für die kommende woche ab montag das hat den grund ich bin am wochenende ab heute abend eigentlich unterwegs und auch bei auf besuch bei freunden und insofern da habe ich mir gedacht veröffentlich ist etwas früher dann habt ihr das schon weil ich nicht genau weiß ob ich da auch den kopf für habe am wochenende ist irgendwie zu veröffentlichen und so also ihr könnt ja schauen wann ihr es mögt ja und wir haben hier den blick in die kommende woche wie gesagt wir schauen mal womit die engel um die ecke kommen muss mal so zu sagen und was man schon erkennen kann aus dem orakel und bei facebook habe ich schon angedeutet ist das jetzt tatsächlich es sich so anfühlt und das gefühl habe ich seit gestern abend heute früh als wenn so ein knoten geplatzt ist ja so so ich nenne mal das einen gordischen knoten an den man nicht entwirrt kriegt den man nicht öffnen kann der tricky ist der langwierig ist langlebig ist sehr fest verklettert ist ihr kennt diese knoten die man festgezogen hat ganz ganz fest die so richtig eng verklettert sind und so ein knoten löst sich jetzt öffnet sich jetzt kommt ins gehen oder ist komplett gelöst auch beim anderen schon also ich will das nicht ausschließen dass das schon wirklich der knoten geplatzt gelöst ist und die dinge gehen jetzt vorwärts ja also es geht jetzt wirklich zieht an mars zieht an wir haben seit dem montag 19 20 in der nacht ist mars direkt gegangen also wir spüren jetzt er muss dann langsam fahrt aufnehmen aber wir spüren dann dass jetzt die dinge wirklich in bewegung kommen ja und wir fangen mit der ersten karte an und die erste karte sagt lass deine vergangenheit los lass deine vergangenheit die du mit dir herumträgst die last deiner vergangenheit die du mit dir herumträgst hatte ich müde gemacht liebes wesen der moment ist gekommen diese last abzulegen behalte nur die guten lektionen und die liebe und lass alles andere hinter dir du willst es nicht du brauchst es nicht und jetzt ist es von dir genommen also es geht darum man könnte jetzt wenn man da versucht ist das schnell drüber zu gehen sagen ja lass deine vergangenheit los kennen wir schon haben schon hundert mal gehabt man muss aber ein bisschen aufpassen das schnell abzutun zu sagen das alte lied denn in dem fall ist es tatsächlich etwas was jetzt auch passiert also wirklich wichtige aspekte der vergangenheit die uns eingeengt haben eingeschränkt haben die uns festgehalten haben die uns an den füßen festgehalten haben was uns behindert hat voranzuschreiten und wenn man über maß retrograde nachdenkt über den rückläufigen maß den wir ja einige monate hatten ich glaube seit november letzten jahres dann haben wir gemerkt die dinge gehen nicht voran es entwickelt sich nicht so zügig in den beziehungen in im jobbereich wo auch immer wie wir es gerne hätten ja dinge stagnierten zum teil ja da drehte es sich immer ums gleich ja immer dasselbe immer geht es nicht so richtig voran ja ein bisschen zäh und jetzt platzen die knoten jetzt merken wir okay wir können jetzt die vergangenheit über bord lassen und wirklich anfangen die alte zeit hinter uns zu lassen es sind jetzt in der zeit des kardinalen kreuzes was ja mit seiner wirkung aus meiner sicht von meinem gefühl im februar schon begonnen hat natürlich stärker im märz noch aufgedreht hat sind einfach ja dinge in den blickwinkel gekommen viele menschen haben gemerkt was müssen sie in ihrem leben verändern damit sie ihnen ins glück kommen in ihre lebensfreude kommen und und ihre ja auch lebensaufgaben natürlich kommen alles was damit zu tun hat und das sind jetzt die aspekte die in der zeit sich gezeigt haben auch schon an die oberfläche gekommen sind wo man weiß das ist es was ich ändern muss aber es brauchte eben zeit eben auch gerade mit einem rückläufigen maßen sind schwierig das dann umzusetzen und wir kommen jetzt dahin dass sich das umsetzt und das betrifft interessanterweise hier besonders stark den bereich der familie also des häuslichen lebens diese situation hat ihre wurzeln einem emotionalen erlebnis mit einem oder mehreren familienmitgliedern und wir können dir helfen die ursachen zu verstehen und zu heilen umgib dich selbst die betreffende person und das erlebnis in deinem herzen und in deiner seele mit besänftigendem blauen licht und vielen engeln sei offen für die geschenke die diese situation bereithält und erlaube dir selbst frieden zu empfinden ja also es geht darum hier eine familiäre situation die vielleicht angespannt war die unklar war die frage ist ja auch immer was ist für eine familie das kann natürlich auch ein gewisser freundeskreis sein oder eine art wo fühle ich mich eigentlich zu hause ja mein engeres umfeld sagen wir es mal so und da gibt es einfach aspekte die gereinigt werden mussten geklärt werden mussten die auch in die liebe geführt werden mussten sicherlich also wo man wieder schauen muss okay wie können wir hier auch liebevoll zusammenarbeiten zusammenarbeiten sollte auch ja arbeiten auch auch zusammen leben ja also wie können wir das was war zurücklassen und auch vielleicht eine neue definition von familie neue definition von zusammenleben finden die für uns alle stimmiger ist auch für jeden einzelnen ja also das scheint scheint gerade ganz schön was zu passieren und es werden auch die beziehung nicht ausgeklammert was ja auch klar ist wenn wir schon über familie sprechen sind das auch beziehungen mit kindern aber auch mit dem partner lebenspartner liebespartner wie auch immer also hier geht es auch um beziehungen das könnten auch beim einen oder anderen könnten das auch gefüge auf der arbeit sein weil wir das wochenorakel haben also kann auch sein mit dem chef mit dem vorgesetzten mit kollegen mit dem man sehr gut versteht das könnte man auch im weitesten sinne sagen aber ich denke es zielt schon mehr hier auf die familien ab auf den den lebenspartner deine wichtigste beziehung ist die mit dir selbst und gott und jede andere beziehung hat dort ihren anfang um eine beziehung zu ermöglichen zu heilen oder ins gleichgewicht zu bringen kuschel dich enger an deinen liebevollen schöpfer wenn du dich in deiner seele sicher und geliebt fühlst werden deine anderen beziehungen auf die gleiche weise erblühen und gedeihen ja also hier geht es jetzt wirklich darum das vergangene loszulassen wirklich ja alles was damit zusammenhängt und für den einen oder anderen mag das bedeuten dass die beziehung dann auch nicht mehr tragbar ist oder einfach auch der ja das kann auch ein karmischer klebstoff sein der dann nicht mehr wirksam ist das kann zu lösungen führen zu trennungen und wir hatten das ja sehr sehr stark und wer da bei facebook bei mir ab und zu reingeguckt hat wird jetzt muss ich überlegen wann das war irgendwann februar märz was finden zum kardinalen kreuz eine weitere ausführung auch zur zwillingsflammen ein text der da übersetzt drin steht wo es ganz klar darum geht zu sagen innerhalb dieses kardinalen kreuz es fallen viele entscheidungen für trennungen für scheidungen für familien ja auflösung kann man nicht sagen aber für andere familienkonzepte so möchte ich es mal nennen weil ich will es positiv sehen da gehört viel schmerz dazu aber auch viel loslassen aber auch viel neudefinition wie kann das jetzt laufen wie kann das funktionieren das ist ein kollektiver prozess das sind keine einzelfälle wo das jetzt mal eben so passiert ich habe dann mal geschaut was sind die einzelnen karten zu diesen wochenkarten quasi und zur karte lass deine vergangenheit los ja hier geht es um den seelenplan das ist vorgesehen im seelenplan dass wir an den punkt kommen wo wir klare entscheidungen treffen müssen wo wir um vorwärts zu gehen um in unserem herzen zu sein um in unserer selbstliebe zu sein entscheidungen vielleicht treffen müssen die uns nicht leicht fallen die aber uns erleichtern können also da steckt immer auch die chance eben auf eine sehr lichte welt auf einen sehr lichtes erleben hin also es ist auch eine befreiung ja es ist jetzt nicht als würde nur zu sehen das kommt darauf an wo die person steckt ja ob sie noch damit kämpft es zu tun oder ob sie schon durch ist ja und mein gefühl ist dass das so ein knoten jetzt über nacht geplatzt ist und erster da mögen noch ein paar sein aber der der wichtigste der der größte knoten ist ist jetzt irgendwie geplatzt und das was jetzt passiert ist auch geführt das ist interessant ja hier gerade mit der familie in da mögen vielleicht gespräche stattfinden da können streitigkeiten sein das hoffe ich nicht da können aber auch pläne sein wie wollen wir das neu gestalten wie wollen wir das angehen ja ja und das wird geführt also die engel und die auch die einhörner sind bei euch um wirklich für harmonie zu sorgen für verständnis auf allen seiten ja für jede individuelle wahrnehmung auch verständnis zu haben und nicht das gefühl zu haben was ich hier tue ist nicht gut ist nicht richtig oder ich werde nicht geliebt oder wie auch immer sondern wir werden alle geführt gemäß unseres seelenplans und auch in familien sind ja seelengefährten die da zusammentreffen die haben ja den bestimmte seelenverträge miteinander und die kommen jetzt werden jetzt aktiviert da werden wir ihnen geführt jetzt diese auszuführen hier mit der himmlischen führung in dem fall und beim thema beziehung kamen zwei karten hier geht es in der tat um freiheit um befreiung ja wirklich zu schauen also ketten oder bänder die die uns eher eingeengt haben als befreit haben jetzt loszulassen nach vorne zu gehen hier ins licht zu gehen aus einer zeit die schwer war die zäh war die nicht zuträglich war ins glück zu gehen und schaut euch an wie schön gelb und strahlend und sonnig diese karte ist und ganz viele elefanten sind da also es geht hier um glück um freude lebensfreude zu teilen und sich dahin zu bewegen also es geht um die befreiung aus wirklich dem alten was überhaupt nicht mehr stimmig ist für uns jetzt der schritt in die freiheit ins glück in die selbstbestimmung oder was auch immer das für denjenigen ausmacht das kann sehr unterschiedlich sein ja aber das scheint hier irgendwie nötig zu sein also vielleicht eine woche die ein bisschen tough ist wie gesagt mein gefühl ist da sind schon knoten geplatzt das wird jetzt leichter auch wenn da noch noch einiges kommt vielleicht in der kommenden woche ja ich wünsche euch allen auf jeden fall eine interessante oder vor allen dingen auch eine liebevolle woche denkt daran bittet auch die engel bei gesprächen mit einem partner mit der familie mit freunden mit kollegen um führung bittet um hilfe das gespräche harmonisch ablaufen das verständnis da ist von allen seiten und die engel werden euch helfen dass dies auch generiert wird in diesen gesprächen also bittet da immer vorbereiten schon um hilfe und um unterstützung und schickt licht und liebe auch und bedingungslos liebe auch zu allen beteiligten vorab und das hilft dass sie mehr aus ihrem herzen sprechen und nicht so sehr aus dem ego was sicher sehr hilfreich sein kann ja ich hoffe das hilft euch weiter wünsche euch von herzen alles alles gute für die kommende woche schickt euch licht und liebe schon mal vorab aus meinem herzen und sagt bis bald